Er kniete nieder, als er einige dieser Bücher in der Hand hielt und sagte, die Weisen kamen, als Jesus geboren wurde und brachten Gold, Weihrauch und Möhre. Du hast mir heute ein Geschenk gebracht, das wertvoller ist als Gold. Er sagte, ich werde diese Bücher an meine Pastoren im ganzen Land verteilen, um ihnen Mittel zum Predigen und Lehren ihrer Gemeinden zu geben. Das hat mir die Augen geöffnet, wie hungrig und bedürftig diese Pastoren und Gemeindeleiter waren. Herzlich willkommen im Open Doors Hoffnungszentrum für verfolgte Christen. Es ist so schön, dass du da bist, denn wir haben heute einen neuen Gast. Er kommt aus den USA, er ist Schriftsteller und seit Jahrzehnten ein wichtiger Baustein von Open Doors. Er heißt Al Jensen. Al, herzlich willkommen. Vielen Dank, Niki. Schön, hier zu sein. Danke, dass du diesen ganzen Weg auf dich genommen hast und jetzt hier bist bei uns. Al, wir wollen dich als erstes mal kennenlernen ein bisschen. Und das Erste, was mich immer so interessiert, ist, bist du schon immer Christ gewesen? Bist du christlich aufgewachsen? Nein, nicht wirklich. Meine Eltern wuchsen in einer Kultur auf, in der es normal war, in die Kirche zu gehen. Und an einem bestimmten Punkt begannen sie zu denken, unser Sohn braucht einen guten Einfluss aus einer guten Kirche. Wir lebten damals in New York City und nur ein paar Blocks entfernt gab es eine berühmte Kirche, die Riverside Church. Und dorthin schickten sie mich. Ich weiß nicht, ob sie selbst auch hingegangen sind. Ich glaube, sie schickten mich nur in die Sonntagsschule, aber die Sonntagsschullehrerin bemerkte, dass ich eine tolle Gesangsstimme hatte. Ich glaube, sie unterrichtete Musik am Union Theological Seminary und kannte den Direktor der Kathedrale St. John the Divine, den dortigen Co-Direktor. Sie bestand darauf, dass meine Eltern mich zum Vorsingen für den Chor brachten, und ich wurde angenommen. Oh, das war ein Vollzeitjob. Wir Jungs haben jeden Tag außer Montags gesungen, mehrmals am Sonntag. Wir sind dort zur Schule gegangen, wir haben jeden Tag geprobt. Und das war sozusagen der Einstieg für mich. Die Kirche, in der wir damals sangen, war das zweitgrößte Kirchengebäude der Welt. Sie war riesig. Und es war eine erstaunliche Erfahrung, in dieser riesigen gotischen Kathedrale zu sein, mit den Glasmalereien der Liturgie und der Musik, Bach und Palästrina und all diese großen Komponisten, die jeden Sonntag ihre Musik sangen. Zu wissen, dass es einen Gott gibt, öffnete mein Herz, und ich wollte ihn kennenlernen. Ich erinnere mich, dass ich einmal an einem Sonntag nach dem Gottesdienst mit einem der Priester sprach und sagte, ich würde mich gerne taufen lassen. Sie arrangierten für mich sogar ein Lied. Ich wurde in der Mitte des Kirchenkurs getauft, und ich bin mir nicht sicher, ob ich bis zu diesem Zeitpunkt wusste, was passierte. Aber der Gottesdienst war so vollständig. Ich schwirrte der Welt, dem Fleisch und dem Teufel ab und nahm Jesus Christus als meinen Herrn und Retter an. Das meinte ich von ganzem Herzen. Und ich habe dort mein Herz an Jesus übergeben. Ich war damals zehn Jahre alt. Wow. Was ist bei dieser Taufe in dir passiert? Kannst du dich erinnern? Wow. Ich glaube, ein spiritueller Teil von mir wurde lebendig. Und ich weiß, dass ich den Wunsch hatte, Gott zu kennen, Jesus zu kennen. Eines der Dinge, die wir im Chor gemacht haben, war, dass wir jeden Tag ein Morgengebet und ein Abendgebet gesungen haben. Das bedeutet, dass wir jeden Monat das ganze Buch der Psalmen durchgingen. Für ein kleines, zehnjähriges Kind ist das vielleicht nicht so toll, aber all diese Bibelstellen wurden in mich hineingelegt. Und die Liturgie bestand hauptsächlich aus der Bibel. In den folgenden Jahren spielte das Wort Gottes in mir eine große Rolle. Wahrscheinlich nicht wirklich bewusst, aber Gott wirkte in meinem Leben. Ja. Wie haben deine Eltern reagiert? Du hast dich ja sicher verändert. Nun ja, also, ja, meine Eltern sagen, dass ihr Kind sie zum Glauben geführt hat. Ich glaube, als Folge dessen, was ich durchmachte, begannen sie, in die Kirche zu gehen. Sie wurden Teil der Trinity Church, einer berühmten Kirche in New York City. Und sie begannen wirklich zu wachsen und ihren Glauben ernst zu nehmen. Sie begannen, Bücher von C.S. Lewis und Tolkien und anderen großen Schriftstellern zu kaufen. Wir waren eine literarische Familie. Wir haben viel gelesen. Ich würde also sagen, dass sie wahrscheinlich zur gleichen Zeit wie ich in Christus gewachsen sind. Wer war für dich der größte geistliche Einfluss? Wer hat dich geprägt? Der größte Einfluss, das weiß ich, war die Lektüre der Chroniken von Narnia, der Bücher von C.S. Lewis für mich. Natürlich habe ich während meiner Highschool-Zeit weiterhin als Messdiener gedient und an der Liturgie teilgenommen. Aber ich denke, der größte Einfluss kam in meinem letzten Jahr im College. Einige meiner Verbindungsbrüder hatten den Sommer über an einer Veranstaltung von Campus für Christus teilgenommen und begannen mir und anderen an unserer Schule zu erzählen, was Christus für sie bedeutet. Sie hatten ein kleines Büchlein mit dem Titel Die vier geistlichen Gesetze. Sie erzählten mir davon und sagten, weißt du, zu welcher Gruppe du gehörst? Zu der, in der dein Leben völlig ungeordnet ist oder der, in der Christus im Mittelpunkt steht? Ich wusste, dass ich Christus in meinem Leben hatte, aber mein Leben war sehr ungeordnet. Und das war der Zeitpunkt, an dem sie mich in den Dienst des Heiligen Geistes einführten. Das war wahrscheinlich die zweite große Veränderung in meinem Leben. Ich hatte einen Verbindungsbruder und wir fingen an, jeden Abend zu beten. Wir haben für unser Leben gebetet. Für die Frauen, die wir heiraten würden, für die Arbeit, für den Dienst auf dem Campus. Wir hatten tatsächlich eine Erweckung auf dem Campus. Wir konnten frei sprechen. Ich glaube, wir haben in diesem Jahr etwa 800 Studenten von Christus erzählt. Über 300 von ihnen haben sich entschieden. Ich sah das Wirken des Heiligen Geistes auf eine Weise, wie ich es noch nie zuvor gesehen hatte. Und das war wirklich transformierend. Außerdem gab mir mein Freund aus der Verbindung, Bücher zu lesen wie Die Zuflucht von Corrie ten Boom oder Das Kreuz und die Messehelden über Nicky Cruz. Und eins der Bücher, das er mir gab, hieß Der Schmuggler Gottes. Und dieses Buch von Bruder Andrew, dem Gründer von Open Doors, hat mir sehr gut gefallen. Der Grund dafür war, dass es ein großartiger Spionage-Thriller war. Weißt du, ich liebe großartige Geschichten. Ich wusste nichts über die Arbeit von Open Doors. Ich glaube, ich habe den Vermerk auf dem Buch gesehen, aber es war einfach eine tolle Geschichte. Und ich dachte, Junge, so ein aufregendes Leben hätte ich auch gern. Ja. Du hast vorhin erwähnt, ihr habt gebetet für deine zukünftige Frau. Ist daraus etwas geworden? Nun, nach dem College dachte ich, weißt du was, ich werde Gott ein paar Jahre meines Lebens schenken, bevor ich meine Karriere als Lehrer beginne. Und ich glaube, Gott lächelte und sagte, okay, du denkst, du gibst mir etwas, aber mal sehen, was ich für dich geplant habe. Die nächsten fünf Jahre verbrachte ich als Redakteur bei einem Magazin namens Athleten für Christus, das Teil der Arbeit von Campus für Christus war, wo ich Geschichten über christliche Athleten und deren Zeugnisse schrieb. Und als ich dort war, gab es eine wunderbare Frau in dieser Abteilung, mit der ich zusammenarbeitete. Und ich dachte, das ist die Frau, die ich heiraten möchte. Und tatsächlich habe ich sie zweimal gebeten, mich zu heiraten. Aber sie musste sich entscheiden, weil Gott sie dazu berief, Missionarin in Lateinamerika zu werden. Sie sprach fließend Spanisch und musste sich entscheiden, heiraten wir oder gehe ich nach Lateinamerika? Und das Interessante war, dass ich, als sie es mir erzählte, noch vor ihr wusste, dass sie nach Lateinamerika berufen werden würde. Frag mich nicht, wie das passierte, aber der Heilige Geist wirkte in unser beider Leben. Am Ende ging sie nach Lateinamerika und ich verließ Campus für Christus, um mit einem Dienst namens Pro Athletes Outreach zu arbeiten, der sich um Profisportler kümmert. Das veranlasste mich, nach Phoenix, Arizona zu ziehen. Ich suchte nicht in Bars nach einem Mädchen, sondern in Kirchen, um eine nette junge Christin zum Heiraten zu finden. Und ich fand sie in einer der Kirchen. Unser erstes Date hatten wir am 1. Mai. Drei Wochen später, am 21. Mai, verlobten wir uns. Später im Sommer haben wir geheiratet. Und ja, ich habe eine wunderbare Frau. Mit ihr bin ich seit 46 Jahren verheiratet. Sie heißt Joe. Wie viele Kinder habt ihr? Wir haben drei Kinder. Wir haben nicht sofort Kinder bekommen. Wir haben so schnell geheiratet, dass wir dachten, wir sollten uns erst mal ein bisschen kennenlernen. Aber wir haben drei erwachsene Kinder, Joshua, Jonathan und Anna. Und wir haben fünf Enkelkinder, von denen ein Sechstes in etwa zwei Monaten erwartet wird. Wir haben also ein sehr erfülltes Leben, eine sehr erfüllte Familie. Das kann ich mir vorstellen. Al, du hast gesagt, dass das Buch der Schmuggler Gottes dich inspiriert hat. Es wurde geschrieben von Bruder Andrew, dem Gründer unseres Werkes, dem Gründer von Open Doors. Wie ging dein Weg zu Open Doors? Nachdem wir geheiratet hatten, gründete ich ein Unternehmen. Ich schrieb Bücher und gab sie heraus. Und wir bekamen unsere ersten beiden Kinder. Und dann, Überraschung, war das dritte unterwegs. Ich hatte keine Möglichkeit, das alles zu bezahlen. Ich dachte, dass ich mir besser einen richtigen Job suchen sollte. Die Eltern meiner Frau dachten, ich hätte keinen richtigen Job als Schriftsteller. Sie sprachen von dem armen, hungernden Schriftsteller. Da war ein bisschen was war es dran. Ich bekam schließlich eine Stelle bei einem christlichen Verlag und wurde leitender Redakteur. Und dadurch habe ich einige Reisen in die Sowjetunion unternommen. Bei meiner ersten Reise organisierte ich für uns und einige anderen christlichen Verlage eine Ausstellung auf der internationalen Buchmesse in Moskau. Das war 1989, während der Ära von Glasnost. Die Dinge begannen sich in der Sowjetunion zu öffnen. Ich organisierte das also und wir konnten dort ausstellen. Und außerdem brachten wir 10.000 Bibeln zum Verschenken mit. Was? Ja, wir haben 10.000 Bibeln auf der internationalen Buchmesse in Moskau verschenkt. Der KGB hat uns nicht aufgehalten. Ich glaube nicht, dass ich sehr glücklich darüber war. Die Leute standen in der ganzen Ausstellungshalle Schlange, um Bibeln und unsere Bücher zu bekommen. Und das Interessante daran ist, dass sie den ganzen Weg um einen anderen Stand herumgingen. Es gab einen anderen Stand, eine andere Ausstellung von einer Frau, die die führende Atheistin in Amerika war, Madeleine Mary O'Hare. Und das Interessante daran war, dass niemand ihren Stand besuchte. Sie wollten alle zu unserem Stand kommen und Bibeln erhalten. Ja, was Atheismus ist, wussten Sie ja schon. Das brauchten Sie jetzt nicht nochmal zu erfahren. Das ist richtig. Aber hattet ihr jetzt gedacht, wir schmuggeln diese 10.000 Bibeln dorthin? Oder wie kam das? Nein, so kann man das nicht sagen. Denn wir haben nicht verheimlicht, dass wir die Bibeln mitgebracht haben. Wie ich schon sagte, wurden die Dinge ein wenig lockerer. Und es gab einen Hunger nach christlichen Büchern, die die Bibel lehren. Ich hatte tatsächlich ein Kinderbuch über den Astronauten James Irwin geschrieben, einen der zwölf Männer, die auf dem Mond waren. Und es gab einen großen Verlag in Moskau, der das Buch verlegen wollte. Wir hatten den Vertrag sogar schon unterschrieben. Aber sie sagten, am Ende steht etwas über Gott, kannst du den Teil rausnehmen? Ich sagte, das ist der Sinn des ganzen Buches. Doch es wurde ins Russische übersetzt und schließlich veröffentlicht. Die Region öffnete sich. Ich glaube, viele der führenden Persönlichkeiten sagten, wie du eben auch sagtest, dass der Atheismus nichts gebracht hat. Sie brauchten etwas anderes. Ich lernte einige der Christen im Untergrund kennen und sah, was Gott tat. Insbesondere traf ich einen Bischof der Pfingstgemeinde im Untergrund, der wegen seines Glaubens 18 Jahre lang im Gefängnis gesessen hatte, weil er Schulklassen gegründet und Dinge getan hatte, die für uns als kirchliche Arbeit selbstverständlich sind. Das war dort illegal. Aber er war so dankbar, als ich ihm einige Bücher und Materialien für seine Pastoren und so weiter brachte, sodass ich erkannte, dass in diesem Kontext ein echter Bedarf an christlichen Materialien bestand. Sie hatten das einfach nicht. Wie war diese Begegnung für dich? Ich kann mir vorstellen, das ist schon sehr besonders und sehr neu, wenn man zum ersten Mal jemanden trifft, der wegen seines Glaubens im Gefängnis war. Weißt du, es war interessant. Mein Visum sah vor, dass ich mich nicht weiter als 25 Meter von Moskau entfernen durfte. Dieser Bischof war, ich weiß nicht wie weit draußen, er war weit jenseits dessen, wo ich hin durfte. Aber ich ging trotzdem hin. Und wir kamen zu seinem Haus. Der KGB hatte solche Angst vor ihm, dass sie ihm nicht erlaubten, in Moskau zu leben. Er durfte kein Telefon haben. Er lebte in einer einfachen kleinen Wohnung. Ich kam herein und das Erste, was er tat, ist, mir zu sagen, dass ich meine Schuhe und Socken ausziehen soll und dann wusch er mir die Füße. Und ich sagte, Moment mal, das ist nicht richtig. Ich sollte dir die Füße waschen. Diese Art von Demut zu sehen. Und dann habe ich ihm ein paar Geschenke gegeben. Er stellte sich heraus, dass es sein Geburtstag war. Er kniete nieder, als er einige dieser Bücher in der Hand hielt und sagte, die Weisen kamen, als Jesus geboren wurde und brachten Gold, Weihrauch und Mürre. Du hast mir heute ein Geschenk gebracht, das wertvoller ist als Gold. und er wollte damit arbeiten. Die Kirche hatte über das ganze Land verteilt etwa 800.000 Christen. Er sagte, ich werde diese Bücher an meine Pastoren im ganzen Land verteilen, um ihnen Mittel zum Predigen und Lehren ihrer Gemeinden zu geben. Das hat mir die Augen geöffnet, wie hungrig und bedürftig diese Pastoren und Gemeindeleiter waren. Hast du dann von dir aus Kontakt aufgenommen zu Open Doors oder wie kam das? Nun, auf meiner dritten Reise in die Sowjetunion hatte ich einen Kontakt. Es gab einen Vertreter von Open Doors in den Niederlanden, der ein unglaubliches Manuskript hatte, eine gläubige Frau, die zehn Jahre lang im Gulag und weitere zehn Jahre im Exil verbracht hatte. Nach ihrer Rückkehr hatte sie ihre Erfahrungen in diesen Notizbüchern niedergeschrieben. Damals nannte man das Samistat, weil es dort niemand veröffentlichen wollte. Aber sie hatte Bilder von dem gezeichnet, was sie in den Lagern und im Exil erlebt hatte. Und so erwarb ich sie, um sie zu übersetzen und in Amerika zu veröffentlichen. Das war wahrscheinlich meine Einführung zu Open Doors. Ich werde jetzt nicht im Detail darauf eingehen, warum das Buch nie in Amerika veröffentlicht wurde, aber im Grunde genommen fiel dann die Berliner Mauer. Die Sowjetunion existierte nicht mehr. Die amerikanischen Märkte sind ziemlich wankelmütig. Es gab wirklich keinen Markt für dieses Buch, aber das war meine Einführung zu Open Doors. Kurz darauf wurde ich eingeladen, die Leitung des Buchverlags einer Organisation namens Focus on the Family zu übernehmen. Das ist eine große christliche Organisation in Amerika. Und Ceeley Yates ist ein Literaturagent. Ich hatte mit ihm und einigen christlichen Autoren bereits zusammengearbeitet. Er war Vorsitzender des Vorstands von Open Doors. Und er lud mich ein, Teil des Vorstands von Open Doors USA zu werden. Auf diese Weise wurde ich offiziell in den Dienst von Open Doors eingeführt. Das heißt, du bist im Board gewesen, ohne Bruder Andrew zu kennen. Ihn hast du dann erst kennengelernt. Das ist richtig. Weil ich im Vorstand war, habe ich schließlich Bruder Andrew getroffen. Ja. Vielen herzlichen Dank für das, was du heute erzählt hast. Und wie deine Abenteuer begannen, das werden wir beim nächsten Mal sehen. Deshalb schalte gerne das nächste Mal zu. Wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist. Tschüss. Wollen auch Sie verfolgte Christen unterstützen? Werden Sie Open Doors Gebetspartner und erfahren Sie monatlich durch unser Open Doors Gebetsmagazin mehr über die Situation verfolgter Christen weltweit. Jetzt auf unserer Homepage bestellen. www.opendoors.de slash magazin www.opendoors.de